So, hallo, liebe Diana. Schön, dich zu sehen. Willkommen bei mir im Podcast. Und für den ganz unwahrscheinlichen Fall, dass dich vielleicht irgendjemand nicht kennen sollte, Leute, die vielleicht kein Internet haben, kein Fernsehen oder etc. Könntest du dich ja nochmal ganz kurz vorstellen? Ja, also ich bin Diana zu Löwen. Ich bin schon seit über zehn Jahren Content Creator und in den letzten Jahren sind sozusagen meine Follower und ich natürlich auch ein bisschen älter und erwachsener geworden. Deswegen sind auch meine Themen mit mir gewachsen und ich rede nicht mehr nur über Beauty und Mode, sondern befasse mich auch viel mit dem Thema Finanzen, investiere auch zum Beispiel in Startups, die ich unterstütze, aber auch viel mit dem Thema Gesundheit, weil das, glaube ich, natürlich uns alle betrifft, vor allem aber auch das Thema Frauengesundheit. Da habe ich auch schon öfters immer viel drüber gesprochen und deswegen freue ich mich auch, dass wir heute quatschen können, um nochmal bei so ein paar Dingen in die Tiefe zu gehen. Ja, und bei den meisten Themen, wenn man im Podcast zusammen spricht, ist es ja so, dass der eine oder die andere jemanden anspricht, sagt, hier, lass doch mal drüber reden. Bei uns war das so ein bisschen so, als ob wir so mit offenen Armen aufeinander zugelaufen sind, weil mir wurde vor ein paar Tagen ein Reel von dir mehrfach zugeschickt und gut, wenn so ein Reel ein, zweimal im Postfach landet, dann denkt man sich nichts dabei. Aber wenn das so gehäuft kommt, dann guckt man schon mal rein. Und ja, da hast du eine Thematik angesprochen, wo ich direkt einen hochroten Kopf bekommen habe, weil es mich extrem geärgert hat, weil ich es unglaublich übergriffig fand. Und klar ist das jetzt mal so ein Exempel. Wir müssen da auch aufpassen, dass wir nicht nur böse über die Gynäkologinnen und so weiter sprechen. Aber das war schon so ein bisschen, wo ich gesagt habe, das geht eigentlich gar nicht. Aber vielleicht kannst du mal kurz umreißen, worum es in den Reel ging. Genau. Und zwar hatte ich einen Besuch bei der Gynäkologin. Ich wohne ja hier in Berlin und ich muss sagen, ich habe irgendwie immer noch nicht nach drei Jahren so die perfekte Gynäkologin für mich gefunden. Und wollte dann einfach mal, wie das wahrscheinlich bei vielen jungen Menschen ist, so schnell einfach nochmal so einen Termin machen, so einen kleinen Check-up eben. Also mir ist es schon auch wichtig, auch regelmäßig eben Brustkrebs, also einen Check-up zu machen oder eben auch einen Pappabstrich. Das sind ja schon irgendwie Dinge, die wichtig sind. Ich bin jetzt auch schon seit mehreren Monaten in einer Beziehung und wollte sozusagen da dann auch nochmal so einen kleinen Status-Update und Check-up machen, ob da alles passt. Und mein Partner und ich, wir verhüten eben hormonfrei. Also wir verhüten sozusagen mit Zyklus-Tracking, NFP und mit dem Kondom. Und das habe ich auch meiner Gynäkologin so mitgegeben. Und dann hat sie mir aber daraufhin eigentlich direkt wirklich einfach einen Vaginalring in die Hand gedrückt und gesagt, dass ich doch den einfach mal austesten soll. Und den einfach so mit nach Hause gegeben und gemeint, das ist nicht so stark wie die Pille. Und das fand ich halt total krass, weil ich mich auch gefragt habe, ich bin ja jetzt schon 28, wie das auch mit jungen Frauen ist, die einfach so ein Verhütungsmittel, so ein Medikament als eine Art Probe, wie so eine Duftprobe mit nach Hause gegeben bekommen. Und weil auf der ersten Seite fühlt man sich halt überhaupt nicht ernst genommen und man wird natürlich auch überhaupt nicht gut beraten. Und das, finde ich, geht irgendwie gar nicht. Das heißt, es war eher so unkommentiert den Ring so über den Tisch rüber geschoben und probieren sie mal aus, oder wie kann ich mir das vorstellen? Genau, eigentlich so, weil ich auch gesagt habe, direkt von Anfang an, ich habe gar keinen Bedarf, jetzt so ein Verhütungsgespräch zu machen, weil ich eigentlich so zufrieden bin, wie es aktuell ist. Und das fand ich halt total krass, dass sie mir dann trotzdem einfach so ein Verhütungsmittel einfach mitgegeben hat. Und halt auch super schade, dass sowas teilweise noch passiert. Das finde ich halt auch ein bisschen strange, weil du bist ja zufrieden, also ihr seid ja zufrieden. Und warum sollte man jetzt so ein funktionierendes System für das Paar so einschreiten, ungefragt vor allen Dingen? Hättest du jetzt gesagt, ich bin noch nicht so ganz zufrieden, ich bräuchte noch mal ein bisschen Beratung, gibt es da noch irgendwas anderes? Wäre ja okay gewesen, wenn man dann irgendwie auf eine Alternative zu sprechen kommt, aber so ganz ungefragt einfach irgendwie eine Alternativverhütung. Das heißt ja für dich auch im Prinzip, sie unterstützt eigentlich diese hormonfreie Verhütung, die ihr jetzt betreibt, nicht. Also sie findet das anscheinend nicht so gut, auch wenn sie es vielleicht nicht ausgesprochen hat. Warum sollte man sonst auf so eine Alternative zurückgreifen, die ja auch erhebliche Nebenwirkungen mit sich bringen kann, ohne dass sie jetzt irgendwas dazu gesagt hätte? Und ich kann mir halt vorstellen, wir haben ja da auch schon mal ein bisschen vorher jetzt drüber gesprochen, dass natürlich das für GynäkologInnen auch gar nicht so einfach ist. Mit allem, man muss ja irgendwie auch Geld verdienen und vielleicht kannst du ja auch noch mal da so ein bisschen drauf eingehen, wenn man ja jetzt zum Beispiel jemanden einfach empfiehlt, hormonfrei zu verhüten. Das kannst du ja eigentlich gar nicht abrechnen. Genau, also da fangen wir glaube ich mal ganz, ganz vorne an. Über das Thema Verhütung allgemein muss man ja schon mal sagen, dass wir das im Studium zwar lernen, wie wir im Studium viel lernen, einfach so ein bisschen Basics lernen und dann hört das nach dem Studium aber eigentlich tatsächlich auf. Selbst wenn ich vorhabe, Gynäkologe zu werden, in meinem Fall jetzt, wir gehen ja alle an große Krankenhäuser oder Kliniken und da lernen wir natürlich das Akutgeschäft vom Peak auf. Also wenn man uns um vier Uhr nachts weckt mit einem Notfall, dann sind wir aus dem FF da. Aber über Verhütung oder allgemeine Beratung über irgendwelche Beschwerden, das lernen wir ja gar nicht. Das heißt, wir sind dann irgendwann, wenn wir keine Lust mehr auf Klinik haben und sagen, wir gehen jetzt mal in die Praxis, völlig blank, was das Wissen angeht. Außer man hat sich jetzt privat im Vorfeld schon da informiert. Aber nehmen wir mal an, das macht jemand nicht, hat dann Facharzt, Fachärztin in der Tasche, geht in die Praxis, hat man keinen Plan von Verhütung. Das ist einfach so. Und jetzt soll man aber, das Klientel, was da ja kommt, das sind ja junge Menschen in den meisten Fällen, die einfach eine Verhütungsberatung möchten oder eine Wechseljahrsberatung etc. Nur wir haben das gar nicht gelernt. Das heißt, wir müssen das jetzt uns irgendwie aneignen oder wir machen so Larifari. Und jetzt gibt es natürlich ganz bemühte Gynäkologinnen, die auch NFP kennen und die auch viel über allgemeine nicht-hormonelle oder hormonelle Verhütungsweisen Bescheid wissen. Aber es gibt vielleicht auch einige, die interessiert das auch gar nicht. Und die wollen natürlich dann wirtschaftlich auch arbeiten. Das wollen wir alle. Wir wollen alle Geld verdienen und am besten auch schwarze Zahlen statt rote Zahlen schreiben. Und das ist natürlich so, wenn ich einer Frau, sagen wir mal, es kommt ein 16-jähriges Mädchen zu mir in die Praxis, die sagt, nimm einfach das Kondom, fertig, ist sicher. Erklär ihm auch, wie das genau funktioniert oder ihm auch im besten Falle. Dann sehe ich die ja die nächsten Jahre nicht wieder. Wenn ich dir natürlich einen Vaginalring zuschiebe, dann muss die sich ihr Rezept wiederholen. Also generiere ich da natürlich auch ein gewisses Budget. Jetzt mal ganz aus der finanziellen Warte gesehen, ohne ihr jetzt, der Gynäkologin, von dir was unterstellen zu wollen. Aber das hat schon Geschmäckle. Und deswegen ist natürlich auch die Gynäkologin, der Gynäkologe in den letzten Jahrzehnten schon interessiert daran gewesen, eine Pille irgendwo zu verkaufen, wenn man es böse ausdrücken möchte. Ja, und kannst du da vielleicht auch mal so ein bisschen was aus deiner Praxis erzählen, wie du das machst? Das Thema Pille ist ja wirklich immer auch noch was, was super viele Frauen beschäftigt. Ich hatte ja auch noch mal ein paar Fragen aus meiner Community gesammelt. Und da kam natürlich auch immer noch mal das Thema Pille auf. Wem würdest du denn jetzt eine verschreiben? Es gibt natürlich auch Frauen, wo es wirklich Vorteile hat. Aber wem würdest du denn auch davon abraten? Also grundsätzlich, wenn jetzt jemand kommt zur Verhütungsberatung, die allermeisten Paare, also meistens sind es die Frauen, die nur da sitzen, ist schade, weil die Männer können natürlich oder sollten sogar mitkommen. Aber die meisten Frauen haben natürlich schon eine gewisse Vorstellung, was total gut ist. Also die kommen und sagen, ich möchte eigentlich nicht hormonell verhüten, sondern hormonfrei. Was gibt es da für Alternativen? Und da kann man da eigentlich natürlich ganz gut ansetzen. Es gibt aber auch welche, die sitzen blanko da und sagen, ich weiß nicht, beraten Sie mich doch einfach mal. Was ist am besten? Dann muss man natürlich nach der aktuellen Lebenssituation gucken. Wie alt ist das Mädchen oder die Frau? Wie sieht es gerade aus mit Kinderwunsch? Wo steckt sie im Beruf? Wie viel Verhütungssicherheit braucht sie? Wie ist ihr Arbeitsalltag auch? Denn du wirst wissen, mit NFP, da gehört schon ein gewisses Maß an Disziplin zu. Da braucht man eine gewisse Struktur im Alltag auch. Und wenn man einen Schichtdienst hat, wird es schwierig. Das muss man einfach sagen, nicht unmöglich, aber es wird sehr, sehr schwierig. Und ich hatte jetzt neulich auch mal wieder eine Umfrage. Da ging es um ein 14-jähriges Mädchen, was zur Verhütungsberatung mit der Mama da war. Und die Mama wollte natürlich, dass das Mädchen die Pille bekommt, weil die war natürlich darauf bedacht, dass das besonders sicher ist etc. Und das ist natürlich auch nochmal ein ganz anderer Aspekt. Und deswegen habe ich keine Pauschale. Also wenn eine Frau vor mir sitzt, gucke ich jedes Mal ganz individuell, was würde jetzt gerade zu ihr passen. Das kann auch mal eine Pille sein. Das kann auch mal eine Hormonspirale sein. Manchmal ist es auch so alternativlos, wenn wir jetzt mal das 14-jährige Mädchen nehmen, da würde man natürlich tendenziell sagen, oh Kondom, auf jeden Fall. Jetzt sitzt eine Mutter daneben, die sagt, nee, Kondom ist mir zu unsicher. Kupferspirale kommt bei so einem jungen Mädchen einfach nicht in Frage. NFP mit 14, puh. Also weiß ich nicht, ob man mit 14 schon so viel Disziplin beziehungsweise auch Selbstwahrnehmung hat. Das ist ja der nächste Punkt. Das lernen wir ja in der Schule auch nicht. Also kommt wahrscheinlich dann doch irgendwas Hormonelles in Frage. Und bei der 14-Jährige habe ich das jetzt nicht gemacht. Da habe ich gesagt, oh Gottes Willen, sowas mache ich dann auch einfach nicht. Aber wenn die jetzt 20 ist oder sowas, kann auch sein, dass die mit einer Pille nach Hause geht. Also ich möchte es gar nicht ausschließen, aber ich versuche da schon Alternativen aufzuzeigen. Es ist natürlich auch, was du jetzt gesagt hast, super individuell und hängt natürlich auch irgendwie wahrscheinlich auch noch so von Faktoren ab, hat die Person schon einen festen Partner. Also ich kenne das auch noch so aus meiner Schulzeit, wo das dann wirklich noch damals so, also es ist ja auch schon so 14 Jahre her, so trendy war. Oder die, die so die Pille hatten, die hatten dann natürlich die reinere Haut, die größeren Brüste und so. Und als Teenager findet man das natürlich irgendwie toll. Aber man vergisst eben auch, welche Nebenwirkungen das Ganze hat. Und ich glaube, da kann man aber auch Eltern verstehen oder auch junge Menschen, die erstmal halt natürlich im Moment denken. Und bei mir ist es ja zum Beispiel so, vielleicht können wir jetzt auch noch mal ein bisschen auf das Thema NFP eingehen, dass mein Zyklus zum Beispiel, der ist zum Glück wie so ein Uhrwerk, dass ich mich eigentlich sehr genau darauf verlassen kann, wie lange sozusagen mein Zyklus immer geht, wann meine Menstruation eintritt und dass ich mir da sozusagen sehr sicher sein kann, wann ungefähr die Zeitfenster sind, wann es kritisch ist. Aber vielleicht kannst du auch noch mal so ein bisschen erklären, wenn man jetzt vielleicht auch irgendwann mal einen Kinderwunsch hat und man möchte hormonfrei eben verhüten und auch sozusagen wieder den eigenen Zyklus richtig erleben. Wie sollte man da aufpassen, wenn man mit NFP verhütet? Genau, für alle, die jetzt gar nicht wissen, was NFP eigentlich bedeutet, ist die natürliche Familienplanung. Wichtig ist, das ist kein geschützter Begriff. Also wir, wenn wir jetzt darüber sprechen, sprechen da über diese sogenannte symptomale Methode. Das heißt, man trackt den Zyklus maximal gut, um damit im besten Falle sogar zu verhüten. Das funktioniert und auch sehr sicher. Oder sogar auch den Kinderwunsch umzusetzen. Also das ist natürlich ein unglaublich mächtiges Tool. Es ist quasi die Champions League vom Zyklus tracken. So kann man sich es vielleicht vorstellen. Du hast total schön gesagt, den eigenen Zyklus wieder erleben. Und wir haben ja auch im Vorfeld gesprochen und ich habe gesagt, ich bin eigentlich jemand, der sagt, jede Frau, egal wie sie verhüten möchte, wenn es jetzt nicht mit der Pille ist oder was hormonell ist, sollte unbedingt gucken, dass sie ihren Zyklus basic trackt. Einfach zu gucken, wann ist der erste Tag der Periode, wann ist ungefähr mein Eisprung und wie lang ist dann die zweite Zyklusphase. Und dann habe ich mit drei Punkten so einen Zyklus abgesteckt. Und dann finde ich auch ganz, ganz früh raus, ob irgendwo was nicht stimmt. NFP in diesem Sinne jetzt, da gibt es ein eigenes Regelwerk. Da gibt es eine Arbeitsgemeinschaft, die nennt sich Sensiplan. Das Buch ist, glaube ich, 100 Seiten dick. In meinem Online-Kurs rede ich, glaube ich, sechs Stunden über dieses Regelwerk. Also da gibt es fünf, sechs wichtige Regeln, die darauf zielen, körperliche Veränderungen im Zyklus wahrzunehmen. Das ist vor allen Dingen der Zerwix-Schleim, also das Vaginalsekret, was man dann doch einmal pro Monat im Schlüpper abends findet. Das ist tatsächlich nicht Ausfluss, wo man denkt, oh Gottes Willen, ich habe irgendeine Erkrankung, sondern ein ganz, ganz wichtiges Indiz dafür, dass hormonell das passt und alles stimmt. Das zeigt quasi so als erstes die fruchtbare Phase an. Und dann geht es darum, die zweite Zyklusphase zu tracken. Das machen viele eben, die damit die Temperatur messen. Also die gucken dann mit einem Thermometer oder mit anderen Tools, wie die Temperaturkurve sich erhöht, um dann irgendwann wieder abzufallen. Dann kann man rückblickend sagen, hier war ungefähr der Eisprung. Und das Ganze, wenn man natürlich einen super regelmäßigen Zyklus hat, wie du jetzt, macht es das einfacher. Aber es funktioniert auch mit einem unregelmäßigen Zyklus. Und gerade dann, die Frauen sollten das auch machen, um da eben rauszukriegen, wo es hängen kann. Ja, dann kriegt man halt ein fruchtbares Fenster raus. Und in diesem fruchtbaren Fenster sollte man natürlich alternativ mit einem Kondom zum Beispiel oder einem Diaphragma verhüten. Und in den anderen nicht fruchtbaren Phasen kann man einfach so Geschlechtsverkehr haben, ohne da jetzt irgendwie verhüten zu müssen. Und das ist eine mega, mega coole Sache. Es ist ein ganz sicheres Verhütungsmittel, wenn man es richtig anwendet. Aber man muss natürlich erst mal das Regelwerk drauf haben und das natürlich im Alltag auch irgendwie unterbringen. Und ich glaube auch teilweise den Partner. Ich habe halt natürlich auch viel mit meinen Freundinnen manchmal darüber gesprochen. Und ich bin halt immer noch auch echt so schockiert, dass sozusagen auch eine Freundin von mir, die hat sich jetzt nochmal die Spirale neu einsetzen lassen, weil die erste verrutscht war und dann hatte sie super Schmerzen, wo einfach der Partner zum Beispiel kein Kondom benutzen will. Und das gibt es natürlich. Und ich denke halt immer, ich bin sehr dankbar, dass mein Partner versteht, was sozusagen auch hormonelle Verhütung mit einem machen kann, welche auch körperlichen Risiken man da hat oder auch selbst sowas wie eine Spirale. Natürlich ist das eine super Verhütungsmethode auch, aber es kann eben auch mal schief gehen. Und da ist es, glaube ich, ganz wichtig, auch mit dem Partner offen darüber zu sprechen und zu sagen, ich möchte wirklich keine hormonelle Verhütung oder was du auch meintest, den mal mitzunehmen zu so einem Frauenarztbesuch, weil die Männer eben ja auch Teil davon sind. Und ich glaube, dann gibt es auch viele Männer, die das vielleicht verstehen, welche Risiken, Nebenwirkungen das hat, welche Schmerzen vielleicht auch gerade bei so einer Spirale oder so mal passieren können, dass man dann auch sagt, okay, dann nehme ich halt mal ein paar Tage ein Konto um und habe dafür irgendwie eine Freundin, die aber ja sozusagen keine Stimmungsschwankungen hat oder die zum Beispiel auch einen normalen Zyklus hat, der vielleicht dann auch, wenn man irgendwann Kinder haben will, sozusagen, wo man den einfach viel besser kennenlernt, was ja sozusagen dann einfach schon einen viel besser darauf vorbereitet, wenn man irgendwann auch einen Kinderwunsch hat, als wenn man wahrscheinlich, das kannst du jetzt sagen, aber wenn man jetzt eine Spirale drin hatte oder eine Pille und das dann absetzt, das ist natürlich auch erst mal so eine Phase, wo sich der Zyklus wieder komplett finden muss. Also man kriegt ja unterschwellig immer so ein bisschen Aggression, wenn man sowas hört, das kriege ich auch oft mit, dass die Männer sich dann weigern, Kondom zu benutzen. Man muss sich dann immer ein bisschen runterfahren, weil ich bin natürlich auch ein Stück weit Feminist als Mann, weil ich damit täglich zu tun habe, aber es herrscht oft ein unglaubliches Unwissen oder sie sind nicht aufgeklärt, die Männer, was so eine Pille eigentlich mit einer Frau machen kann, also was ihn ja auch betrifft. Also wenn dann Libidoverlust erheblicher ist oder wenn extreme Unwohlsein, weil die Brüste spannen, Kopfschmerzen sind, das betrifft ja irgendwie die ganze Partnerschaft, aber die wissen das oft nicht und deswegen ist es so wichtig und deswegen machen wir ja den ganzen Spaß hier auf Social Media, dass man auch die Männer abholt, was hormonelle Verhütung für eine Frau bedeutet, was eine Spirale für die Frau bedeutet. Die können gerne mal zum Einsetzen mitkommen. Sie dürfen auch gerne mal über die Schulter gucken, was da eigentlich passiert. Es ist nicht einfach mal so ein Smartie geschluckt oder irgendwie mal so ein kleines Ding da eingesetzt. Das ist schon echt heavy und dagegenüber ist halt ein Kondom wirklich, sagen wir mal, das viel kleinere Übel, zumal es auch noch von anderen Dingen schützt und gut, wenn er jetzt sagt, Kondom geht gar nicht, gibt es ja auch Männer, die haben dann sofort Erektionsprobleme etc. gibt es ja auch noch ein Diaphragma. Das ist ja quasi so ein Pendant für die Frau, sage ich mal, muss Frau sich natürlich wieder einsetzen, liegt dann wieder an der Frau. Aber man darf nie vergessen, die Frau trägt auch die Konsequenz, wenn Verhütung nicht klappt. Und in diese Situation zu kommen, und das haben wir ja natürlich auch in der Praxis wöchentlich, dass da ein ganz differenziertes Paar sitzt und die dann einem erzählt, ja, es ist leider was passiert und wir wollen aber eigentlich nicht. Das ist scheiße, Entschuldigung, aber das ist wirklich für die Lebenssituation, auch für so eine Beziehung heftig, wenn es dann um das Thema Schwangerschaftsabbruch geht. Und das müssen die Männer halt auch wissen, weil das trifft natürlich auch die Männer, aber die Frauen müssen es ausbaden. Es ist ganz, ganz wichtig, dass Verhütung einfach was ist, was man als Paar diskutieren muss und da auch gut aufgeklärt ist über alle möglichen Wirkungen und auch Nebenwirkungen von solchen Präparaten zum Beispiel, wie ein Vaginalring. Und kannst du auch noch mal was sagen, weil das war auch so eine Frage, die sehr oft aus meiner Community kam, wenn man zum Beispiel plant, in Zukunft Kinder zu bekommen oder relativ zeitnah, aber man noch mit der Pille verhütet, gibt es da so eine Regel, wie lange das dauert, bis sich da wieder so ein Zyklus eingependelt hat oder ist das immer total unterschiedlich? Du hattest da in unserem Gespräch schon mal so ein paar sehr spannende Sachen gesagt. Ja, es ist super individuell, das muss man erst mal sagen. Ihr alle kennt wahrscheinlich Freundinnen, die Pille absetzen und im nächsten Zyklus schon wieder ein Bomben Schweizer Uhrwerk entwickeln. Es gibt aber auch die Freundinnen, die nach zwölf Monaten noch drauf warten. Ich würde immer pauschal sechs Monate vorher absetzen und was ich auch immer empfehle, dass man so eine Woche lang eine B-Vitamin-Kur macht, also ein B-Vitamin-Komplex, weil die Pille, das ist nachgewiesen, quasi diese B-Vitamine auch ziemlich verbraucht durch diese ganzen Spaltprodukte, die da entwickelt werden in der Leber auch und das ist dann ziemlich leer, diese Speicher. Und die mal kurz wieder aufzufüllen, macht schon Sinn, um einfach dieses Grundgerüst an enzymatischer Ausstattung herzustellen, damit es auch wieder gut funktionieren kann mit dem normalen oder mit dem eigenen Zyklus. Das mache ich also. Ich sage, sechs Monate vorher bitte absetzen. Dann habe ich da gewisse Präparate, die ich auch immer empfehle, wo ich sage, hier das eine Woche, brauche jetzt nicht ein halbes Jahr sein, sondern wirklich nur eine Woche auffüllen. Je nach Ernährungssituation des Menschen, sage ich mal. Und genau. Und dann muss man warten. Also da gibt es keine Pauschale. Es gibt schon so eine Patientenklientel, wo ich dann sage, da könnte es länger dauern. Das sind meistens die, die etwas fülliger sind. Da dauert es tatsächlich meistens ein bisschen. Aber es kann auch mich total überraschen und die kommt im zweiten Monat nach Pille absetzen wieder und ist schwanger. Und das gibt es auch. Ja, du hast auch das letzte Mal so ein bisschen gesagt, dass ja die Pille eigentlich total viel auch so vertuscht. Also was sozusagen auch mit dem weiblichen Körper vielleicht manchmal nicht so stimmt. Also es gibt ja viele Frauen, die eben Endometriose haben, PCOS. Und wenn man jetzt die Pille nimmt, kann es, also kann man das trotzdem erkennen, dass man vielleicht das hat oder wird das sozusagen dadurch eher so betäubt? Ja, das größte Problem, was ich heutzutage halt in der Praxis habe, weil die Damen von damals, 14, 15 Jahre, haben ja die Pille bekommen. Das war halt damals sehr modern und hat natürlich auch viele Vorteile gehabt. Die haben ihren eigenen Zyklus nie kennenlernen dürfen. Das heißt, wenn ich dann frage, wie war denn der Zyklus vor der Pille, sagen die, keine Ahnung. Ich habe mit zwölf meine Periode bekommen. Das war die ersten zwei Jahre komplett unregelmäßig. Und dann hatte ich irgendwie Blutung und dann habe ich halt die Pille bekommen. Und dann setzen sie ab und merken, irgendwie kommt das nicht so ganz in Wallungen, dieser Zyklus. Und nach diesen sechs Monaten, die ich auch gerade eben genannt habe, fange ich dann auch an, Diagnostik zu machen. Also zu schauen, liegt ein PCOS vor, wenn die natürlich erhebliche Schmerzen sofort hat nach Absätzen. Dann kann ich eigentlich schon eine harte Verdachtsdiagnose stellen. Da könnte eine Endometriose im Raum sein, die wir bisher einfach kaschiert haben. Und das ist ja auch quasi ein Therapieansatz, einfach zu sagen, ich fahre die Eierstöcke so weit runter, dass hormonell nichts mehr passiert. Und dadurch ist natürlich eine Endometriose auch erträglicher, auch wenn sie nicht weg ist. Wir setzen da quasi nur eine Glocke drüber. Aber das ist natürlich für viele Endopatienten ein Segen. Und deswegen hat die Pille natürlich auch ihre Daseinsberechtigung, gerade bei so schwerwiegenden Erkrankungen, ist das für viele Frauen, dass Nonplusultra ohne eine Pille könnten die überhaupt nicht existieren oder arbeiten oder zur Schule gehen. Deswegen ist sie nicht nur negativ. Kleines Wort noch zu den Nebenwirkungen, bevor wir diese Schublade verlassen quasi. Was viele nicht wissen, wir kennen ja mittlerweile alle so die Nebenwirkungen von hormonellen Kontrazeptiva. Das Wichtigste ist aber, dass wir oder die Frau sich ja die eigenen Hormone wegnimmt, indem sie eben ihren Eisprung unterdrückt. Das ist der Sinn von der Pille zum Beispiel. Ohne Eisprung passiert aber auch das, dass wir kein Gelbkörperhormon bilden, also kein Progesteron. Mit der Pille fahren wir auch die Eierstöcke so runter, dass wir gar kein Östrogen eigenes mehr machen. Und die Nebenwirkungen, die man immer denkt, die kommen von der Pille an sich, die es auch gibt, kommen aber auch ganz oft von den fehlenden eigenen Hormonen. Also wenn jemand depressiv wird nach einer Pille, dann liegt das daran, dass die körpereigenen Hormone eben nicht mehr im Gehirn an so Rezeptoren docken können und deswegen auch Depressionen auslösen können oder andere Probleme. Knochenschwund und auch diese Thrombose-Geschichte, das sind ja alles Nebenwirkungen, die man einfach auf dem Schirm haben muss, die nicht nur von den synthetischen Hormonen kommen, sondern auch viel von dem Fehlen der eigenen Körperhormone. Und das ist halt super spannend, weil das viele gar nicht auf dem Schirm haben. Und deswegen geht es auch vielen dann besser, sobald sie absetzen, weil die eigenen Hormone wieder hochfahren und auf einmal wird alles wieder schön. Da hatten wir ja auch schon mal zu gesprochen, dass es ja auch einige Unternehmen gibt, die so ein bisschen Frauen helfen, auch ihren eigenen Hormonhaushalt besser zu tracken oder zu erkennen. Was ist denn so ein bisschen, wie würde man da denn vorgehen? Weil gerade so beim Thema Kinderwunsch ist es ja auch wichtig, dass sozusagen alles in der Balance ist, also Östrogen, Testosteron und Progesteron. Wie würdest du da sozusagen vorgehen, wenn man das Gefühl hat, man hat zum Beispiel, was ja auch viel bei Frauen, die sehr viel Sport machen, dass man zu wenig Progesteron hat. Wie würdest du da so vorgehen? Genau, also es gibt ja diese Online-Speicheltests und mal grundsätzlich gegen Speicheltests ist nichts zu sagen. Die messen eine Hormonkonzentration, die quasi frei in den Blutgefäßen ist. Das sind die Hormone, die wirksam sind. Im Gegensatz dazu, wenn man das Blut misst, das sind die Hormone, die die Drüsenleistung quasi abbilden. Also alle Hormone, auch die gebundenen. Es gibt ganz viele gebundenen Hormone, die keine Funktion mehr dann haben. Grundsätzlich sind Speicheltests super. Es gibt eine große Problematik bei den Hormonen. Und viele Frauen kommen in die Praxis und sagen, ich möchte einmal einen Hormoncheck haben, ob alles gut ist. Erste Problematik, ihr habt einen hochkomplexen Zyklus. Also das geht auf und ab und das sehen wir, diese Abbildung kennen wir alle von diesem weiblichen Zyklus, was so in einem Monat passiert. Da geht es auch schon hoch und runter. Das heißt, es ist ganz wichtig zu wissen, wann nehme ich der Frau jetzt eigentlich Blut ab, weil ich dann natürlich ganz entsprechend andere Werte habe. Wenn es jetzt um PCOS geht oder solche Geschichten, sechs Monate nach Pille absetzen, keine Periode, was ist da los? Dann nehme ich immer zur Zyklus Beginn ab, außer die Frau hat überhaupt keine Periode, dann natürlich irgendwann, weil da diese Hormone eine ganz spezielle Konstellation haben und die sind quasi standardisiert. Das weiß ich. Wenn ich die an Zyklus Tag sieben oder acht abnehme, sieht das Ganze schon ganz anders aus. Und auf einmal habe ich eine Östrogendominanz, einen Progesteronmangel etc. Das ist das große Problem, wenn man jetzt so Speicheltests macht. Da muss man auch einen Zyklus Tag angeben. Aber es ist natürlich wichtig zu wissen, was für eine Frau habe ich auch vor mir. Ist die ein bisschen adipöser? Ist die sehr schlank? Macht die unglaublich viel Sport? Macht die mäßig Sport? Wie ernährt die sich? Also all das spielt da so eine Rolle, um diese Werte zu interpretieren. Und jetzt kommt das zweite große Problem bei diesen Hormonen. Nicht nur, dass die monatlich so Schwankungen haben, sie haben auch wirklich Tagesschwankungen. Ich habe Abbildungen von einem Östradiol-Spiegel oder auch den Progesteronwerten in 24 Stunden. Das sieht aus wie ein Seismograph beim Erdbeben. Es geht hoch und runter. Und ich kann natürlich Pech oder Glück haben und messe im Tal oder eben auf dem Peak. Und entsprechend anders sind dann auch diese Werte zu interpretieren. Also es ist ganz schwierig, eine valide, gute Hormonanalyse zu machen aus der Ferne. Und auch hier, muss ich auch noch dazu sagen, sowas lernen wir auch nicht im Studium und auch nicht in der Fachhausausbildung. Auch das, nicht nur die Verhütungsberatung oder Wechseljahrsberatung, sondern auch die Hormonkunde, ist etwas, was man sich selbst aneignen muss, wenn man Bock drauf hat. Denn auch das gibt kein Geld, solange man kein Mensch ist, der eine Fortbildung hat oder eine Weiterbildung hat zur Reproduktionsmedizin oder Endokrinologie heißt das dann. Es gibt so Fortbildungen, die können das dann abrechnen, aber der 0815-Gün, so wie ich zum Beispiel, kann das nicht abrechnen. Auch wenn ich es trotzdem gerne mache, aber das muss man halt alles wissen. Wenn ihr also vor eurer Gün steht, sagt, ich hätte gerne mal Hormonstatus gemacht, die sagt, nö, macht gar keinen Sinn, weil sie haben ja eine regelmäßige Periode oder was weiß ich, dann ist das vielleicht nicht ganz schön kommuniziert, aber hat vielleicht auch den Hintergrund, dass sie dafür keinen Cent bekommt. Im Gegenteil, sie muss da noch draufzahlen. Und das sind, habe ich dir ja auch im Vorfeld erzählt, manchmal fünf-, sechsstellige Beträge, die man da zurückzahlen muss jährlich. Also das ist ein riesengesundheitspolitisches Problem. Wenn Güns für ihre Beratungen oder für ihre Analysen mehr Kohle bekommen würden, mal so salopp gesagt, würden sie es vielleicht auch lieber mal machen. Und dann würden wir auch die Frauen besser betreuen können. Das ist einfach so. Also liegt es mal wieder viel am schönen, lieben Geld. Ja, oder was ich glaube ich auch ganz wichtig finde bei dem Thema, was du ja auch gesagt hast, die Kinder, man lernt das ja auch nicht so richtig in der Schule. Und ich meine, gerade auch so im Bereich Medizin, da verändert sich ja auch die Wissenschaft superschnell. Gerade jetzt gibt es irgendwie immer mehr neue Erkenntnisse zu den verschiedensten Themen. Und ich selber habe zum Beispiel auch bei dem Thema Hormone, als ich das mal so mehr verstehen wollte, mir einige Bücher eben auch gekauft. Es gibt einige, würde ich sagen, eins, ich weiß nicht, ob du das schon mal davon gehört hast, das heißt The Spark Factor. Muss ich mal, ich schicke dir das auf jeden Fall auch nochmal, da geht es ganz hier so auch um den weiblichen Körper, aber auch wie man eben essen muss oder sollte, weil, glaube ich, auch viele Frauen, viele junge Frauen diese ganze, sagen wir mal, Diätkultur mitgegeben bekommen, so Low Carb, No Fat und irgendwie nur den Salat essen sozusagen. Und das ist ja auch sowas, was den Körper total stresst, wenn man jetzt zum Beispiel auch morgens schon direkt mit einem Kaffee in den Tag startet, mit einem schwarzen Kaffee und nicht vorher was gegessen hat. Das ist ja auch total ungesund. Und sowas sind so Sachen, die ich mir viel durch Bücher und Podcasts angeeignet habe, wo man erstmal wieder auch lernt, so die Basis von gesunder Ernährung, was eigentlich total sich so komisch anhört, aber man lernt natürlich oder als Teenager, wie gesagt, denkt man irgendwie, man muss, Hauptsache man ist super schlank und nicht gesund. Und das fand ich für mich total wichtig und auch so ein bisschen hilfreich dann zu verstehen, was das auch bedeutet oder was das meinem Körper bringt, wenn ich dem mehr Fette zuführe oder wenn ich eben erstmal frühstücke, statt einen Kaffee zu trinken morgens. Und das kann langfristig, glaube ich, auch schon viel helfen, dass man sozusagen seinen Hormonhaushalt wieder so ein bisschen in eine gute Balance bekommt. Aber vielleicht kannst du da auch nochmal ein bisschen was zu sagen, auch gerade zu dem Thema mit Ernährung. Ach total. Also zyklusbasierte Ernährung gibt es ja auch und ist super wichtig. Ist einfach super wichtig und du sagst was ganz enorm Wichtiges, weil wir müssen eigentlich unseren Kindern schon mitgeben, was ihr Körper leistet, was er kann und was er auch braucht. Und gerade Thema Ernährung ist natürlich ein extrem, extrem wichtiges Thema, weil aus dem, was wir zu uns nehmen, bildet der Körper Hormone. Und eine Frau ist einfach sehr komplex und braucht viele Stoffwechselabläufe und braucht auch viel von Mikronährstoffen und Makronährstoffen. Und wenn ich natürlich einen Körper komplett stress, über Stress hat man auch schon im Vorfeld gesprochen, wie es da hormonell dann abgeht, dann hat der Zyklus gar keine Chance zu funktionieren. Und ich habe so eine Standard-Mail bei Zyklusstörungen. Wenn eine Frau mit Zyklusstörungen bei mir in die Praxis kommt und wir machen eine Beratung und dann kriegen die alle im Nachgang nach dem Termin eine Standard-Mail zugeschickt, weil die allermeisten Zyklusstörungen, die jetzt nicht PCO oder irgendwas anderes sind, die kriegt man mit Lifestyle in den Griff. Und das ist so crazy. Und die probieren das dann aus, sechs Monate und kommen dann wieder und sagen, abgefahren. Ich brauchte keinen Mönchspfeffer, ich brauchte keine Pille, sondern ich musste einfach nur mich vielleicht ein bisschen moderater bewegen. Ich musste meine Ernährung halt ein Stück weit anpassen, auch an den Zyklus zum Beispiel. Und schon kriege ich meine Zyklusstörungen einigermaßen in den Griff. Und das macht auch nur total Sinn, weil das wirklich solche feinen Abläufe sind, die sehr störanfällig sind. Also sobald jemand viel, viel mehr Sport auf einmal macht oder eine Crash-Diät anfängt, selbst eine Fastenkur oder sowas kann da halt extreme Auswirkungen haben. Das ist auch mal für drei, vier Monate nicht schlimm. Aber wenn man das jetzt so durchzieht, jahrelang, dann hat man auch irgendwann ein hormonelles Problem. Und deswegen, genau, ist das so die Basic. Jetzt kommt aber das Schwierige. Eine Frau, die vor einem sitzt und die kommen auch zum Gyn und haben natürlich Lust, sofort eine Ad-Hoc-Lösung zu bekommen. Die sagen, ich habe jetzt seit 13, 14 Monaten einen unregelmäßigen Zyklus. Ich habe so lange auf einen Termin gewartet. Machen Sie doch mal was. Und man sitzt da und muss erst mal aufarbeiten, was ist das für ein Mensch, der vor einem sitzt? Was machen die im Alltag? Also dafür ist schon mal eigentlich gar keine Zeit. Wir haben sechs Komma irgendwas, Lesen pro Patientin. Das könnte man eigentlich gar nicht auffangen. Viele von uns dann trotzdem reden dann und erzählen dann, was sie für Sport machen, wie sie sich ernähren. Und da muss man denen beibringen, dass sie ihr komplettes Leben jetzt auf den Kopf stellen sollen. Das ist natürlich der schwerste Schritt, zu sagen, ab morgen, ab Montag mache ich eine pflanzenbasierte Ernährung 80, 20, nur noch zwei Tage in der Woche Fleisch und ich muss Ballaststoffe hochfahren. Und das ist schwierig, in so einem eingefahrenen Alltag, den wir alle haben, einzupflegen. Oder der Kaffee morgens, der einfach seit 20 Jahren so ist, morgens Kaffeemaschine, zack, den mal wegzulassen und erst gegen 11 Uhr einzudrinken oder so. Das zu vermitteln, ist schwierig. Dann vermittelt man das vielleicht und dass die Frau das dann auch umsetzt, das ist dann der nächste Schritt. Das heißt, man sieht ihn dann sechs Monate später und es hat sich nichts getan und da jetzt wieder nachzuhaken, haben sie dann wirklich alles so umgesetzt, wie wir es versprochen haben. Da sagen die meisten dann auch, ja, nee, so ganz, also das habe ich mal geprobiert, aber so mit einmal pro Woche spazieren gehen, hat es dann doch nicht geklappt. Da müssen wir uns alle an die eigene Nase fassen. Das geht aber den Männern genauso. Wir haben viel selbst in der Hand durch einen guten Lifestyle, der aber auch gesellschaftlich schwer umzusetzen ist, weil wir müssen heutzutage alle funktionieren. Wir haben Schlafmangel, wir kippen uns einen Kaffee rein, dann kommt die Packung Merci aus dem Kühlschrank, die da seit Wochen liegt, dann fährt man sich da was rein und ja, deswegen, das ist aber ein wichtiger Aspekt auf jeden Fall. Ja, ich glaube, was natürlich, was du meintest, das frustriert natürlich wirklich, wenn man irgendwie keine richtige Hilfe bekommt und man fühlt sich dann eben nicht so ernst genommen, aber ich würde mir irgendwie echt wünschen, dass so junge Menschen auch so ein, ich weiß nicht, ob man das so wie so eine Art Medizinverständnis bekommt, aber es gibt ja mittlerweile wirklich super viele Podcasts, also es gibt auch eine, auch einen ganz spannenden TED-Talk, der heißt Women are not small men. Ich weiß leider nicht mehr, wie die Frau heißt, aber das können wir auch mal verlinken und da geht es ja auch viel um so Themen, dass natürlich auf der einen Seite in der Medizinernährung geht es halt hauptsächlich immer um den Mann und man sieht dann auch, das ist ja auch immer ganz oft Männer, die jetzt irgendwie eine Diät machen und dann haben die halt voll perfekt abgenommen, genau wie es im Plan steht und bei Frauen passiert irgendwie gar nichts, weil der weibliche Körper einfach viel komplexer ist und ich glaube, das ist total wichtig, so ein Verständnis dafür zu bekommen, dass man seinem Körper eben, wie du auch meinst, keine Crash-Diäten oder so geben sollte oder auch mit dem Sport. Ich mache auch super viel und super gerne Sport, aber ich habe auch jetzt über die letzten Monate angefangen, zum Beispiel viel mehr Pilates zu integrieren, als jetzt nur Cardio, weil das einfach den Körper, wie du auch gesagt hast, das stresst den eben und das ist eben nicht gut, wenn man ja jeden Tag seinen Körper sozusagen nur an die Grenze bringt. Irgendwie soll der sich ja auch entspannen können. Und man hätte eigentlich in den letzten Jahrzehnten die ganzen Medikamente, die auf den Markt gekommen sind und alles, was so rund um Medizin und was man so einnimmt, da hätte man alles auf die Frau abstimmen müssen, weil die ja das viel komplexere Wesen ist. Weil wenn etwas bei der Frau irgendwie dann funktioniert, ja beim Mann funktioniert es dann sowieso. Also wir sind, und ich bin Mann, ich darf das sagen, wir sind halt wirklich sehr primitiv, was das angeht und auch vom Hormonzyklus. Wir haben eigentlich keinen Hormonzyklus. Unser Testosteron ist morgens hoch, abends runter und dann geht es wieder von vorne los. Das ist unser Zyklus. Und es ist halt in den letzten Jahrzehnten einfach verpasst worden. Und das ist genau der Antrieb, den ich ja habe, dass ich auf Instagram, YouTube genau das möchte. Ich möchte die Frau aufschlauen, um sich eigentlich selbst zu helfen. Weil wer anders macht es gerade nicht oder wer anders kann es auch gerade nicht machen, weil es einfach gesundheitspolitisch nicht gewollt ist oder nicht umgesetzt wurde zur richtigen Zeit. Also müssen wir zusehen, unsere Mädchen, die in die Schule kommen oder auch schon unsere ganz kleinen Kindern, zu sagen, das ist dein Körper, das ist normal, das funktioniert so, du bist super, wie du bist. Und auch später zu sagen, das musst du machen, um wirklich mit dir im Reinen zu sein. Und das kannst du machen, wenn irgendwas nicht so läuft. Also deswegen mache ich den Quatsch seit 2017, weil ich glaube ich diesen Antrieb weiterhin habe, weil ich merke, es passiert einfach immer noch zu wenig für die Frau. Und ja, die Frauen und die Kinder sind einfach unser wichtigstes Gut in der Gesellschaft. Wie gesagt, wir Männer sind sehr, uns kann man 30, 40 Millionen Spermien irgendwo in so einem Gläschen in einen Gefrierschrank machen und dann existiert die Menschheit trotzdem weiter. Uns braucht man nicht, aber die Frau braucht man halt. Und das ist der Antrieb, ja auch ganz früh schon den Mädchen beizubringen, was sie sind. Und würdest du auch sagen, wenn man jetzt eben zum Frauenarzt oder zur Frauenärztin geht, dass man sozusagen am besten wirklich sich quasi erstmal selber vorbereitet auch und schon mal vielleicht auch beim Thema Verhütung selber ein bisschen recherchiert. Ich finde es halt wirklich auch unglaublich wichtig oder hilfreich mit Freundinnen darüber zu sprechen. Einfach, dass man so verschiedene Erfahrungswerte hat. Und natürlich finde ich manchmal gerade auch bei Social Media, wenn es auch so ums Thema Kinderwunsch geht, kennt man ja jetzt viel diese ganzen schwierigen Geschichten, was einen auch natürlich demotivieren kann. Aber du würdest schon sagen, es ist besser, wenn man sich selber vorbereitet, selber auch schon mal recherchiert hat, bevor man dann, wie sagen wir, wenn wir zu meinem Beratungstermin zurückkommen, der ja einfach überhaupt nicht ausschussreich ist und vielleicht sogar eher oder meinem Körper eher geschadet hätte, sozusagen, wenn ich jetzt ihren Rat befolgt hätte, wie würdest du sagen, geht man davor und gibt es auch irgendwie so Tipps, wie man gute GynäkologInnen finden kann? Ja, also das zu dem Thema, du bist ja eine starke differenzierte Frau, du weißt jetzt, okay, den Vaginalring brauche ich nicht, aber wenn du jetzt zehn Jahre jünger gewesen wärst, hättest du wahrscheinlich den Rat dieser Ärztin angenommen, weil das ist eine Ärztin, die muss ja wissen, worüber sie redet. Also haben wir auch eine mega, mega große Verantwortung. Und um die erste Frage zu beantworten, absolut. Also sich vorher vorzubereiten, ist ja nicht nur hilfreich für dich selbst als Frau, dass du einfach weißt, okay, das ist Quatsch, was ich da vermittelt bekomme oder das ist richtig, sondern macht es ja uns Gyns auch leichter, weil wir nicht bei null starten müssen mit einer Verhütungsberatung, sondern die weiß ganz genau, dies und das möchte ich halt nicht, weil es nicht zu mir passt. Man kann dann auf einem ganz anderen Niveau anfangen zu reden mit denen und dann einfach eine gemeinsame Entscheidung zu treffen. Also das hat nur Vorteile, das ist eine Win-Win-Situation. Wir haben wenig Zeit, wir kriegen überhaupt keine Kohle dafür, also ist doch schön, wenn sich jemand vorbereitet hat und dann ist man da irgendwie so im Einklang. Das habe ich ja Gott sei Dank mit meinen Patientinnen schon so, aber die kennen natürlich meine Arbeit auch schon seit langem, sodass sie alle relativ gut vorbereitend vor mir sitzen, aber das wäre natürlich das Non-Post-Ultra. Wenn es die Politik nicht für uns macht, müssen wir uns eben selber helfen. So, Tipps, eine gute Günz oder guten Günz zu finden, habe ich nicht. Es ist natürlich viel Mundpropaganda, dass man hört hier, der oder die nimmt sich Zeit, die ist bemüht, die guckt auch mal über den Tellerrand, guckt auch mal ganzheitlich drauf und ist nicht nur mit hier ist das Rezept, Tschüss oder hier Periodenschmerzen sind normal, das hat jede Frau, Tschüss, sondern da wirklich auch mal nachhaken, nachfragen. Da helfen sicherlich ein Stück weit Bewertungsportale. Das ist leider so, auch wenn die für uns Ärztinnen und Ärzte ganz schrecklich sind, weil da muss nur einer mal an der Rezeption schlecht gelaunt sein und einen Hörer, weiß ich nicht, wegschmeißen und schon kriegt man eine schlechte Google-Bewertung. Man hat diejenige den Arzt noch gar nicht gesehen, aber da hat man schon so ein gewisses Geschmäckler. Es gibt leider keine Liste im Internet, wo steht hier, diese Günste sind toll. Gott sei Dank muss man auch sagen, es gibt ganz, ganz viele bemühte Supergünste. Das muss man auch sagen. Ich kenne unglaublich viele in Berlin jetzt nicht, aber das muss man auch, darf man auch nie vergessen und vielleicht auch mit der Awareness jetzt, wenn da sich jemand wirklich bemüht, berät, auch noch Blut abnimmt, Hormone bestimmt und keine Facharzt-Weiterbildung hat im Sinne von dieser Hormonkunde, dann machen die gerade ein Verlustgeschäft mit euch, machen es aber aus Altruismus oder einfach aus humanitären Gründen, weil sie denken, ich möchte dieser Frau helfen und da mal das nächste Mal vielleicht eine Blume vorbeizubringen oder ein kleines Dankeschön als Kärtchen ist für uns wirklich ein Seelenheil, weil wir viel investieren teilweise. Es gibt aber auch schwarze Schafe, das weiß ich zur Genüge auch. Ja, oder was ja auch wichtig ist, was du auch so ein bisschen meinst, das medizinische Fachpersonal, ich glaube, die sind ja auch immer, freuen sich auch immer, wenn man da nett und gut gelaunt hinkommt, statt dass man genervt ist und direkt irgendwie seinen ganzen Fuß da auslässt. Das ist, glaube ich, auch immer noch was ganz Wichtiges und ich glaube, es ist mit diesem Verhütungsthema, es ist wirklich so ein bisschen verhext, weil man, glaube ich, gar nicht so weiß, ich glaube, man muss auch manchmal durch sozusagen die schwierigen Phasen, ich habe selber auch halt mal eine kurze Zeit die Pille genommen und einmal auch ein bisschen länger so ein Hormonfraster und das war wirklich, das war so schlimm. Aber ich glaube, so dadurch weiß ich jetzt auch, warum ich zum Beispiel sehr konsequent sagen kann, dass ich eben keine hormonelle Verhütung möchte und zum Glück da eben auch einen Partner habe, der das unterstützt. Aber ich finde es, was du auch gesagt hast, sehr gut oder wichtig, da wirklich mal den Partner mehr mit einzubeziehen, damit sich die Männer das eben auch mal vorstellen können, weil ich glaube, viele machen sich da echt so sehr leicht und sagen so, komm, ich bezahle das auch irgendwie mit, manche bezahlen es ja noch nicht mal mit, sozusagen. Das ist das Mindeste, ja. Genau, so eine Spirale, die kostet ja auch nicht gerade wenig und da wirklich offen drüber zu reden, gerade wenn man auch eine langfristige Beziehung plant, also da finde ich das gerade im Aspekt auf das Thema Kinderwunsch eben unglaublich wichtig, dass man da die Männer mehr mit reinholt. Oder auch, wenn die Familienplanung abgeschlossen ist, zu sagen, hier, du, ich lasse mich sterilisieren, das ist bei mir ein kleiner Schnitt am Säckchen und fertig. Das ist nichts Großes, danach funktioniert alles wie vorher, das ist alles top, du brauchst dich um nichts mehr zu kümmern die nächsten 30, 40 Jahre, auch ein Riesenaspekt, da denken auch zu wenig Männer dran, einfach diesen Schritt oder diesen Schnitt zu machen. Und ja, also Thema Verhütung allgemein, es betrifft uns fast alle, muss man auch mal sagen, es ist ein Thema, was uns alle irgendwo tangiert und was wir da machen, müssen wir uns auch immer wieder vergegenwärtigen, ist ja gegen die Natur, eigentlich will die Natur sich ja fortpflanzen, wir wollen eigentlich Kinder kriegen und versuchen das eben zu verhindern, was super wichtig und gut ist, dass wir es auch verhindern können und das ist natürlich ein Thema, was viel mehr Beachtung braucht, weil es uns eben alle betrifft und was viel mehr honoriert werden muss auf allen Ebenen, auf der menschlichen Ebene, auf der wirtschaftlichen Ebene, bei den günstigen Praxen, weil es einfach ganz, ganz wichtig ist und früher oder später trifft es uns alle und ich glaube, die meisten Frauen haben mal die Pille genommen, haben mal eine Spirale ausprobiert, haben mal mit einem Kondom probiert, Diaphragma, also die haben meistens von viel durch, nicht nur eine Pille, sondern zehn Pillen probiert und bis man sich dann gefunden hat, vergehen aber so viele Jahre, dass man fast 25, 26 ist, bis man sich dann gesettelt hat und sagt, das möchte ich, das möchte ich nicht, aber von 15 oder 14 bis 25 ist eine lange Zeit und da müssen wir auf jeden Fall wegkommen von hier ist die Pille oder der Ring und tschüss, sondern müssen gucken, wie wir das auch, ohne in dieses Hormonsystem eingreifen zu müssen, vielleicht sicher und gut hinkriegen. Vielleicht eine letzte Frage habe ich doch noch, weil das auch öfters vorkam. Es gibt ja, gerade sagen wir jetzt, auch beim Thema eher vielleicht auch Kinderwunsch oder dann auch Verhütung natürlich diese Tools, die man somit zu Hause benutzen kann. Ich glaube, eins heißt irgendwie inne, das andere heißt Trackle, die auch, ich weiß nicht, du kannst es wahrscheinlich besser erklären, was die genau messen. Wie nützlich findest du zum Beispiel auch sowas, sich sowas sozusagen zuzulegen, wenn man verhüten möchte oder Kinderwunsch hat? Ja, also Gott sei Dank wird der Markt jetzt für die natürliche Familienplanung größer und dann kommen natürlich auch solche Unternehmen ins Spiel, die quasi da medizinische Gadgets anbieten und grundsätzlich finde ich das immer alles erstmal gut, weil ich denke, okay, eine Patientin weniger, die vielleicht unnötigerweise auf eine Pille zurückgreift. Trackle ist quasi ein Device, was man sich vaginal einführt und was dann über Nacht die Temperatur, also die Kerntemperatur der Frau misst, fällt eben das Messen morgens weg. Das ist natürlich bei NFP ein Riesenfaktor. Man muss ja die Kerntemperatur nehmen, das heißt, ich wache auf als Frau, greife eigentlich schnell auf den Nachttisch, hole mir mein Thermometer, was ich dann am besten vaginal oder noch am besten rektal, macht aber kaum eine Frau natürlich, also vaginal dann Temperaturmesse, muss da drei Minuten still liegen, bis ich dann wirklich meine Temperatur habe. Das ist zum Beispiel mit Kindern, also wenn da das Zweijährige aufsteht und sich fast umbringen möchte, weil es vom Bett springt, fast unmöglich. Deswegen ist Trackl natürlich eine coole Sache. Es ist aus medizinischem Silikon, es führt bei manchen Frauen eben zu Reizungen, wenn man etwas über Nacht vaginal jeden Tag drin hat, kann man sich vorstellen, es findet die Vaginalwand nicht so ganz toll. Deswegen da so ein kleiner Hint, gibt natürlich auch da Nebenwirkungen, Nachteile. Inne ist ein Microlab, also ein kleines Labor, was eben sich auch diese Speicheltests zunutze macht und dem Progesteron-Gehalt im Speichel misst. Natürlich auch wieder super praktisch, ich muss wieder nicht Temperatur messen morgens, sondern halt mir einfach so ein Stäbchen in den Mund. Das kommt in so ein kleines Labürchen, also wirklich so groß wie, was weiß ich, eine kleine Handfläche und dann misst der den Progesteron-Wert. Und wenn man das natürlich täglich macht, kommt eine schöne Kurve raus, das ist so eine App gekoppelt und die zeigt dir dann ziemlich genau, in welcher Zyklusphase du steckst. Es kann jetzt auch nicht genau den Eisprung darstellen und auch nur rückblickend natürlich, weil nach dem Eisprung geht ja erst dieser Progesteron-Wert hoch. Das heißt, wenn das Ding dann sagt, nach Tag 6, 7, so, vor 5, 6 Tagen war der Eisprung, hätte dir das verhütungstechnisch auch nicht viel geholfen. Deswegen ist NFP ein bisschen komplexer als nur Temperatur messen. Aber es ist natürlich erleichtert vieles und finde ich mit einer der coolsten Innovationen der letzten Zeit. Auch, ich bin jetzt kein Kooperationspartner, ist einfach echt ein cooles Gadget, ein ganz kleines Unternehmen und ja, das wird spannend, was dann noch so in den nächsten Jahren auf den Markt kommt. Aber alles, was hilft und unabhängig ist von Hormonen, ist ja erstmal grundsätzlich positiv zu werten. Total. Also ich glaube, alles, was einem auch so ein bisschen Sicherheit gibt, also ich messe, glaube ich, auch schon seit so vielen Jahren regelmäßig über Apps. Also ich nutze zum Beispiel Flu für meinen Zyklus und das ist einfach für mich natürlich das Beste, auch für jeden Frauenarztbesuch, dass man dann einfach wirklich ganz genau weiß, wann man seine Periode hatte und mir hilft es da eben auch, gerade wenn man dann, wie gesagt, weiß, wann jetzt die fruchtbaren Tage sind und da dann würde ich auch immer je nachdem lieber ein bisschen vorsichtiger sein so am Ende. Das ist, glaube ich, auch immer wichtig, dass man das wirklich gut im Blick hat. Aber so Tools, die habe ich mir, sagen wir mal, noch nicht so im Detail angeguckt, aber ich finde das eigentlich auch total spannend, weil wie gesagt, ich würde sagen, ich bin da eher dann lieber einmal mehr das Konto als zu wenig, auch wenn es natürlich, wie gesagt, ein Unterschied natürlich trotzdem ist. Aber sowas fände ich, glaube ich, langfristig auch spannend, vielleicht auch, wenn man sich dann eher erst mal vorstellen kann, Kinder zu bekommen, wenn man das nutzen kann. Aber da können wir ja vielleicht auch mal, wenn jemand da was teilen will, was in die, ich weiß gar nicht, bei Podcast kann man auch keine Kommentare schreiben, aber wir machen bestimmt ja auch nochmal ein Video dazu, weil das würde mich wirklich mal interessieren, wie viele Frauen auch sozusagen zufrieden, hormonfrei verhüten, wie das klappt oder was es da alles so für Methoden quasi gibt. Aber ich finde schon allein, ich glaube, so eine Zyklus-App, das ist auf jeden Fall eine Zyklus-Tracking-App, die die Basis, die, glaube ich, jede Frau mittlerweile wahrscheinlich haben sollte. Genau. Und als letztes Wort, nicht nur auf das Display vom Handy dann gucken, was die Zyklus-App sagt, sondern wirklich auch auf den eigenen Körper zu schauen. Stimmt. Ja, habe ich jetzt Terwix-Schleim, nimmt der zu, passt das, was die App sagt. Man kann auch gerne mal in der Druckerie sich so Ovulationstests holen, also diese Eisprung-Tests, einfach mal draufpischern und gucken, passt das jetzt so? Also schlägt das jetzt langsam aus? Müsste jetzt irgendwann der Eisprung da sein? Und dann wieder die Zeit zählen, wenn der Eisprung da war, bis zum ersten Tag der wirklich regelstarken Blutung. Das sind die drei Basics und die kriegt irgendwie jeder auch im Alltag hin. Auch so nebenbei, das wird ein Automatismus, dass ich dann abends merke, okay, jetzt geht mein Östrogen hoch, ich habe jetzt Terwix-Schleim abgefahren, meine App sagt es auch und was Cooleres gibt es da gar nicht. Total. Zyklus-basiert Beruf ausüben, zyklus-basiert trainieren, das ist also wirklich ein Game-Changer für viele, die sagen, ich halte den Vortrag, wenn ich in meiner Follikelphase bin, also wenn mein Östrogen hochgeht, dann bin ich viel besser, viel leistungsfähiger. Also ja, der weibliche Körper, wir können jetzt hier noch stundenlang sprechen, ist einfach mega, mega cool und macht echt Spaß, sich da in die Tiefen dieser Komplexität zu begeben. Also das kann ich auf jeden Fall auch unterschreiben, dass sich das sehr lohnt, den Zyklus zu kennen und danach auch zum Beispiel Sport zu machen oder so. Ich mache das einfach, weil es sich ergibt, wenn du von der Follikelphase sprichst, ich habe da einfach viel mehr Energie, kann da viel mehr Cardio oder auch mal Krafttraining machen und das macht schon Spaß, wenn man seinen Zyklus wirklich kennt und den so erfahren kann. Absolut. Liebe Diana, wir wollten eigentlich nur so eine halbe Stunde quatschen, jetzt sind es fast 50 Minuten auf der Uhr, aber es ist halt ein Thema, was viel Redebedarf inne hatte. Wir haben auch vorüberlegt, wie machen wir es? Machen wir ein Reel bei Instagram und so weiter? Wir haben gesagt, nee, wir müssen einen Podcast machen, weil das Thema ist einfach so riesig groß. Ja, ich hoffe, alle Hörerinnen und Hörer hat es gefallen. Ich bedanke mich ganz, ganz recht herzlich für deine Zeit, ist auch nicht selbstverständlich, du hast viel zu tun und ja, ihr dürft uns gerne dann auch mal bei Instagram schreiben, ob wir nochmal sprechen sollen. Wir werden sicherlich dann auch das ein oder andere Mal was zusammen machen, Richtung NFP etc. Vielen, vielen Dank. Wünsche ich dir einen schönen Tag und euch auch und bis zum nächsten Mal. Tschüssi. Musik 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 K Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020